Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Pokémon Masters Kapitel 19 Revanche gegen Laia Lyre im Multimodus. Hier wird eh wahrscheinlich wieder niemand kommen. Wir kennen das doch schon alles. Team ändern. Dann nehmen wir mal ich mit. Und dann nehmen wir auch noch dich mit. Okay, die Suche läuft. Ach übrigens, falls ich das hier vergessen, in der letzten Folge vergessen haben sollte, beizufügen, mein Gloomanda ist aus dem All gestopft. Ich würde das am Ende der Folge hinzufügen. Denn ich denke, ich habe das letzte in Folge vergessen zu erwähnen. Deswegen habe ich das dann höchstwahrscheinlich auch nicht beigefügt. Oder ich habe es dafür aber vergessen beizufügen. Aber ich habe jetzt einen Eintrag gemacht, dass ich daran denke. So, Donnerblitz. Okay, legen wir los. Legen wir los. Wat de fuu. Das sollte normalen Modus sein, dann nicht. Nicht vergessen, das soll normalen Modus sein, ne? Ey. Das ist nicht fair. Das mit dem Trank kann ich auch. Okay, dann einmal Donnerblitz. Serie Maximalladung. Nice. Dann kommt gleich mal eine Gefährtenattacke. Mal drei. So, dann mache ich hier nochmal kurz Donnerblitz drauf, damit er keinen Trank mehr einsetzen kann. Okay, da setzt schon einen Trank ein. Mist. So, Gefährtenattacke. Eine Gefährtenattacke. Eine Gefährtenattacke ist eine Gefährtenattacke. Ich werde dich krösten. Ja. Sie möchte uns verquälchen. Sie möchte uns verquälchen. Okay. Donnerblitz. Okay, das werden wir höchstwahrscheinlich noch schaffen. Wow. Wow, 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 wow. Okay, höchstwahrscheinlich überleben wir das jetzt nicht mehr. Mist. Okay, wir haben es aber gleich geschafft. Dann nochmal Angriffsplus. Okay, höchstwahrscheinlich, wenn wir das nicht... Gut, der ist jedenfalls schon mal down, okay. Der schwere Modus brauchen wir gar nicht erst mal zu machen. Wir brauchen wir erst gar nicht mal damit anzufangen. Wir brauchen wir gar nicht erst anzufangen. Okay, X-Angriff. Ich glaube, das verlieren wir jetzt sogar. Die Gefährtenattacke macht alles gefährlich. Und auch nicht. Gut. So, jetzt wird ernst gemacht. Ich brauche einen Trank, bitte. Dann hat er nicht. Jetzt wird ernst gemacht. Ja, weil der keinen Trank einsetzen möchte. Komm schon. Nein, 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 nein. Da, ich schaffe mir das ja noch. Seht das? Bitte. Nach Clara wurde besiegt. Das zählt sogar noch. Das zählt sogar noch. Geil. Okay. Gut, aber ich glaube, schwer brauchen wir ja gar nicht erst so probieren. Ja, das lasse ich mal. Ich glaube, es reicht noch, wenn wir normal machen, weil es wird ja eh keine Gegner kommen, ne? Also, es werden eh keine Gegner kommen, beziehungsweise Mitspieler. Nicht Gegner, sondern Mitspieler, okay. Dann machen wir jetzt noch was im Zusatzgebiet, ne? Ja, er hat er viele Münzen, das ist doch mal was Schönes, ne? Okay. Geldtraining, Zischo und Gift, okay. Dann nehmen wir einmal Professor Eich mit, mit seinem Jungen. Und dann Gift, nehmen wir mal Colossan mit, ne? Na, warte, ist das das richtige Symbol? Nein. Ich würde dich erheb, zu erhebieren. Und los geht's. Bisschen Goldtraining und das verschneiden wir auch auf Maximum. Okay, Mew, Psychokineser, Gift Shock. Hier können wir einfach mal Donner Shock machen. So, hier kommt Psychokineser. Ach, das ist easy going. Solche Levels mag ich. Und dann gibt es so schön viel Cash. So, schwer. Los geht's. Wenn ich was hier. Okay, einmal legen wir los. Tischokineser. Gift Shock. Legen wir los. Psychokineser. X-Tempo. Nochmal Psychokineser. Nochmal X-Tempo. Nochmal Psychokineser. Gift Shock. So, Gefährtenattacke. Der ist da ein bisschen schnell. So, und dann hier nochmal Psychokineser. So, prima. Und auch hier ganz schöne viele Merlen. So, los geht's. Vielleicht gehen wir hier sogar etwas langsamer vor. Ich mach' ich tatsächlich erstmal legen wir los. X-Tempo. X-Tempo. GG los. X-Tempo. Ich mach' mal zuerst mal die anderen hier weg. Psychokineser. Psychokineser. Gift Shock. Trank auf mich. Vielleicht hier Psychokineser. Okay, Gift Zahn. We're not done yet. Psychokineser. Zahn. Okay. Drift Shock. Okay, das wird jetzt ne Knappkiste. Ich hätte doch Mewtwo mitnehmen müssen. Let's go! Let's go! Okay. That's it! Okay, Mewtwo wird sowas von drauf gehen. Okay, das schaffen wir nicht. Man kann ja nicht überall. Wir gewinnen, ne? Okay, Gift Shock. So, hier ein Donner Shock. Donner Shock. Ich hab' nicht genug Forschung gemacht. Ich hab' nicht genug Forschung gemacht. Let's go! Let's go! Vielleicht schaffen wir das sogar. Komm schon Pikachu, du kannst das, ich weiß es. Wir haben das noch nicht genug. Ich hab' nicht genug. Komm schon Pikachu, du kannst das. nice was aber noch rechtzeitig geschafft meine knappkiste das hat sich doch gelohnt würde ich mal behaupten das hat sich gelohnt ja super schwer nein nein danke gut dann sage ich jetzt an dieser stelle dankeschön fürs zuschauen und tschüss bis zum nächsten mal bei let's play pokemon masters und ihr seht jetzt in einer sekunde wie sich glomando aus dem ei rausbrütet also tschüss bis zum nächsten mal bei let's play pokemon masters bis dahin tschau tschau ja 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 ja